Ein geheimer Eingang. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie wir da eigentlich ein bisschen was freischaufen können. So. Alter, ja, der ist sehr geheim. Geht's doch nach draußen, oder nicht? Alter, gut, dass es nicht gerade blendet. Alter. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Alter, ich bin geflasht. Wow. Ich kann mich jetzt momentan nicht bewegen. Oder? Jetzt wieder. Alter, ist das majestätisch. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich muss hier hinten lang. Gut. Alter, wie schön das aussieht. Wow. Guck an, das ist wirklich was. Innerhalb von Überlebens sind es markiert. Ja, das habe ich doch gerade eben. Aber hier so runter, hier so versteckt, gibt es hier nicht, ne? Ne, schade. Und wie? Irgendwie müssen wir hier runter. Muss ich hier runterspringen? Ähm, nein, nein. Au. Ich dachte, ich muss da runter klettern vielleicht, oder so. Ja gut, vielleicht muss ich es nicht. Ja gut, okay. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Nee, das hätte Dad nicht sehen sollen. Ups. Ja, ja, okay, das weiß ich ja schon. Ja, und nun? Springen Sie an die Wand und klettern Sie mit Leer. Ah, okay. Und jetzt kann ich hier seitlich rüber. Aber es war so ähnlich. Kommt, Leute. Das würde ich im echten Leben natürlich ebenfalls so machen. Wow. Ähm. Ähm. Kann ich hier hoch? Ah, okay. Stimmt. Und jetzt kommt. Wow. Oh nein. Sie sind schon hier. Nein, nein, nein. Ich muss da rein. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, ganz alter. Anspruch. Ja, genau. Wow. Okay, den Sprung schaffen wir. Autsch. Was jetzt? Ah. Da hätten wir weiterspringen sollen. Okay, schön. Freue ich mich, dass wir das auch herausgefunden haben. Na gut, okay. Ja gut, trial and error halt, ne? Man weiß ja nicht mehr, man kennt ja die Gegend hier nicht so. Wow. Okay. Und jetzt weiter. Wow. Alter. Okay, also Kaffee brauchst du hier nicht bei dem Spiel. Der hält die Pumpe schön auf Trab. Ah, dass man da nicht runter kann, schade eigentlich. Also man kann da schon runter, nur halt nicht so mehr so gesund an einem Stück und so. Aber ganz ehrlich, ich möchte hier eigentlich gar nicht so schnell durch. Ich möchte mir das alles angucken. Ich möchte erkunden. Ich möchte, weiß ich nicht. Außer natürlich, wenn der jetzt der Hubschrauber ist. Aber ansonsten. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Okay, habe ich. Okay, wir müssen hier lang. Können wir auch hier weiter. Wow. Hier muss es doch... Guck mal, hier kannst du... Ey, hundertprozentig. Pass mal auf. Ah, schade. Vielleicht... Autsch. Vielleicht nicht. Ich dachte wirklich, dass man da jetzt rüber kann. Ja, weil es sah wirklich so einladend aus. Es sah wirklich einladend aus. Alter, das gibt es doch nicht. Ich habe den Vorsprung verfehlt. Oh Mann, Leute. So, jetzt aber so. Böser Vorsprung. So. Und ab dafür. Weiterhin. Los, sackig. Sieht so aus, als wäre ich hier so ein Noob oder so, ey. So, und jetzt... Nein, 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 nein. Alter. Aber guck mal jetzt mal ganz im Ernst. Seht ihr, wie tief das ist? Das wäre doch niemals tot gewesen. Wisst ihr, was das Traurige ist an dieser Geschichte? Es ist nichts gespielt von diesem... Oh Mann. Von diesem nicht vorhandenen Skill, ey. Ich bin halt ein bisschen tollpatschig, okay? Da stehe ich zu. Ist ja okay. So, komm. Ja, ja, der Trinity-Orden. Wow, komm. Oh, wie süß. Okay. Mhm. Hallo. Warte, jetzt gucken wir mal, ist doch voll irgendwie so ein Jumpscare kommen. Ich würde es feiern. Ich kann nichts machen, außer einfach vorangehen. Ich mag das nicht. Verdammt. Nein, nein, nein. Nicht dunkel. Nicht dunkel. Dunkel mag ich gar nicht. Ich wusste es. Ich schwöre, ich wusste es. Geh weg, ey. Alter, gut, dass nicht viele Skorpione rumlaufen. Ich mag keine Skorpione. Also nicht in der Menge. Und auf diesen Engen. Alter. Alter, das geht nicht. Alter, nie im Leben würde ich das machen. Nie im Leben. Gut, ich würde im Lebtag nicht da durchpassen, von meinem Körpermaß her. Aber selbst wenn. Was? Drückt sie zum Treten. Wow. Noch mal. Wegtreten. Und zum Schieben. Wow. Ja, cool. Hui. Frames eingebrochen. Toll. Wurde der Trinity Orden ausgelöscht? Kann ich hier? Aha, guck mal. Huch. Eh. Was, eine milde Gabe. Suchen Sie kleine orangefarbene Behälter nach Belohnung. War toll. Okay, sieht mir hier sehr nach Abschlachtung aus. Oh ja, das sieht mir. Alter, hat er keine Beine mehr? Okay, wir müssen nach hinten hin. Wir haben hier aber nichts, oder? Doch, wir haben... Hä? Ach so, wir können hier noch lesen. Natürlich. Entschuldigung. Ach so, der Trinity Orden hat gemordet. Ich dachte, der Trinity Orden wurde ermordet. Okay. Ich muss erst mal laufen. Niemand rennt bei solchen Ruinen. Okay, wir müssen da lang. Wir werden aber trotzdem uns weiter hier umgucken. Ah, du Arsch. Entschuldigung. Schlechte Maus. Das Gedrücktheit zum Zielen. Zielen Sie mit Schusswaffen zum Feuern. Was soll ich denn da schießen? Ach, jetzt kann ich... Aha, guck mal. Strukturelle Schwachpunkte. Wie hier. Peng. Peng. Äh, strukturelle. Wow. Ah, okay. Wisst ihr, liebe Leute, was ich von Jumpscares halte? Das sind eigentlich nur harmlose Jumpscares. Oh. Sie sprengen sich den Weg frei. Wer ist sie? Oh. Na, mach's Nickerchen. Oh. Nein. War ich zu spät? Nein, das war geplant, ne? So, ganz schnell. Okay. Okay, hier hoch komme ich nicht. Wisst ihr wahrscheinlich... Ich denke nur mal, dass ich jetzt erstmal das Wasser brauche zum... Aha. Damit der Spiegel... Der Wasserstiegel anhebt. Und dann kann ich hier... Leute, ist das ekelhaft. Ähm, hallo. 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 Vielleicht kann man so die alte Plattform lösen. Ach, warte mal. Muss ich die nicht... Muss ich jetzt dafür... Hä? Äh. Ich... Ich will nicht... Was denn jetzt? Ich kann da aber nicht einfach drauf klettern, oder? Äh. Ich kann hier nicht hoch. Hallo. Hä? Hilfe? Wie muss ich da hochkommen? Ja, aber wie? Schnucki. Ach, pass auf. Ich weiß wie. Jetzt ist doch... Ne. Ähm. So, hier komme ich jetzt hoch. Ah, ja. So, pass auf. Jetzt kletter ich hier hin. Und jetzt schieße ich... So. Oh, hier will ich hin. Oha. 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 Nein. Nein, 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 nein. Was denn? Wo denn? Ah, guck mal. Guck mal. Ähm. Hilfe? Hilfe? Oho. Oho. Okay, und weiter. Los mit dir. Los, 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 los. Lauf. Äh, schwimmen. Entschuldigung. Umschalt. Umschalt. Halt, um schneller zu schwimmen. Umschalt. Alter. Hilfe. Alter. Okay. Wird ja mal besser. Okay, und weiter. Ist das ein... Alter, wie nice. Oh. Wie schön. Unglaublich. Oh ja. Oh nein. Das sieht mir sehr nach Jump'n'Run aus. Also ganz meins. Jump'n'Runs mag ich ja. Hilfe? Okay. Drücken wir erstmal wieder Q. Ich hoffe, euch stört das nicht, dass ich jetzt hier vehement Gebrauch mache. Von meinem Instinkt. Und. So. Bei meinem Glück wäre das jetzt voll das seichte Gewässer gewesen. Und ich hätte mit einem Genickbruch das Abenteuer beenden können. Im Normalfall wäre es so. Ah, guck mal hier. Na gut, komm. Dann wollen wir mal wieder ein bisschen die Halle hier fluten. So, Leute. Ah. Ii. Ii. Warum mache ich denn sowas? Aber ich kann doch hier hoch, oder? Nee, kann ich nicht. Aha. Was ist jetzt? Okay, hier kann ich raus. Kann ich hier auch was machen? Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Wenn ich es anheben könnte. Und dafür muss ich jetzt hier hoch, richtig? Okay, das ist gar kein Problem für uns gewieften Jump'rider-Spieler. Ich springe jetzt einmal hier planlos hoch. So, guck mal hier. So. Und hoch. Hoch. Nein. So. Gewicht wie wir sind, wollten wir uns noch einmal ein bisschen erfrischen. Einmal ab ins Kühle Nass. Und dann wollten wir jetzt aber wirklich mal hoch. So, pass auf. So, Papa, mach das. Und hopp. So. Ja, sind cool. Reicht das? Das reicht, ne? So, da muss ich hin. Ach, guck mal, da kann ich ja gleich direkt hier hochklettern. Alter, kann man hier hinter auch? Das will ich unbedingt. Ein bisschen was entdecken will ich ja auch. Komm. Alter, wie schön, ey. Diese, was? Ach, guck an. Wusste ich gar nicht. Das war so an sich jetzt nicht unbedingt geplant, aber schön, dass man es hat. Oh, wie nice. Kann ich hier hoch? Oh, nein. Ist zu glatschig. Glitschig. Glatschig. Ist ein glatschig. So, hier kommt man auch nicht weiter. Ähm, hallo? Und nochmal was zum Interagieren. Das haben wir. Guck mal, das leuchtet sogar. Einfach nur mal ein bisschen Augen auf und schon. Au. Ach, guck mal. Herausforderung. Hängt sie höher. Schieß die goldenen Räucherfäße ab. Gehfäße. Eins von sieben. So, dann gibt mal was. Aha, okay. Okay.